Willkommen zurück zu Blockchain mit Tim Janssen. Tim, du verrätst uns heute, in welchen Fällen die Blockchain aktuell schon eingesetzt wird und in welchen Branchen sie schon zum Einsatz kommt. Ja, man muss natürlich bedenken, dass die Blockchain-Technologie noch relativ jung ist. Die Blockchain-Technologie selber knappe acht bis neun Jahre und Smart Contracts drei bis vier Jahre ist relativ neu. Trotzdem ist es überraschend, dass es schon sehr viele Use Cases gibt. Zum einen gibt es da den Powerledger. Das ist eine Technologie, die verwendet wird, um Strom einfach miteinander zu tauschen, also gegen Geld. Das funktioniert relativ einfach. Dein Nachbar produziert über seine Solaranlage zu viel Strom und kann dir den zu viel produzierten Strom relativ einfach übertragen. Und das ist ein formloses Konzept, was aktuell einfach noch gar nicht funktioniert. Ein weiteres Unternehmen ist zum Beispiel Warby, die zusammen mit einer RFID-Antenne und der Blockchain-Technologie ein System entwickelt haben, mit dem Lebensmittel schwer zu fälschen sind. Das ist aus dem Melamin-Skandal in China entstanden. Die Idee, wo viele unsaubere Geschäftsmänner Milchpulver für Kleinkinder und Babys mit Melamin unterstreckt haben. Das hat zu vielen toten Kindern geführt. Dieses System wird einfach um das Produkt herumgewickelt. Sobald die Antenne irgendwann zerstört wurde, ist es für den Konsumenten einfach zu erkennen, ob das Produkt geöffnet wurde oder nicht. Und das ist ein sensationelles System. Aber auch in der Schifffahrt zum Beispiel gibt es ein Unternehmen, das sich mit der Blockchain befasst. Das ist Cargo X, die den Schiff-Frachtbrief über die Blockchain abwickeln. Da kommt es zu extrem vielen unsauberen Tätigkeiten und das kommt dann halt über die Blockchain relativ schnell raus. An welchem Punkt wurde mit dem Frachtbrief Schindluder getrieben und wo sind die Schuldigen dafür zu finden. Und das schreckt natürlich in einer gewissen Weise ab. Und das ist ein extrem interessanter Use-Case. Und natürlich gibt es dann auch noch die anderen Use-Cases wie Bitcoin, die zur Zahlung verwendet werden. Aber da gibt es auch viele Varianten, die in das gleiche System reingehen wie Bitcoin, eben Finanztransaktionen. Aber auch zum Beispiel ein Ethereum, was relativ groß geworden ist in den letzten paar Jahren, die das Protokoll von Ethereum ermöglicht, ist zum Beispiel, dass ich als Kleinstanleger, also wenn ich jetzt zum Beispiel 100 Euro oder ähnliches anlegen möchte, kann ich das relativ einfach machen. Ohne vorher ein Depot zu haben, ohne vorher als Investor irgendwie akkreditiert worden zu sein, kann ich zum Beispiel an dem nächsten Facebook teilhaben, noch bevor es an die Börse geht. Wenn man sich jetzt mal vorstellt, Facebook ist damals mit 38 Dollar zum ersten Mal an die Börse gegangen und ich könnte für wenige Cent-Beträge den gleichen Anteil kaufen, dann hat es natürlich für mich einen Riesenvorteil. Aber auch für die Unternehmen, die dadurch sehr einfach an Geld kommen, was einfach aktuell ein Riesenproblem ist, gerade für Startups. Wir arbeiten mit vielen Startups zusammen, die keine Kredite bekommen, die schwer an Venture Capital bekommen. Und die sogenannten ICOs, Initial Coin Offerings sind da ein extrem guter Weg, um an Fremdkapital zu kommen und somit die Idee zu fördern. Danke Tim. In der nächsten Folge kommen wir endlich zum großen Thema Bitcoin. Ist die Blockchain eigentlich das gleiche wie Bitcoin und was hat das alles mit Kryptowährungen zu tun? Tim klärt uns in der nächsten Folge auf.